Hallo meine lieben Freunde und Freundinnen, hier ist Ali Reza, der Geschichtenerzähler und Storytelling Coach und in diesem Video möchte ich dir eine Geschichte erzählen über die Kraft der Entscheidungen. Über Entscheidungskraft will ich mit dir reden und ich will dir eine Geschichte erzählen, eine wunderschöne Geschichte. Warum ich dir diese Geschichte erzählen will, ist, weil ich selbst gerade in einem Prozess bin, wo ich mich entscheiden muss. Ich habe eine längere Pause gemacht, eine längere Pause gemacht mit allem, wie zum Beispiel mit Social Media, mit YouTube-Videos machen und jetzt möchte ich meine Pause beenden und habe Lust wieder zurück zu kommen, meinen YouTube-Kanal wieder aufzunehmen, neue Videos zu machen, denn ich habe mir jetzt einige Zeit, ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass ich ein neues Video hochgeladen habe oder in regelmäßigen Abständen angefangen habe, wieder Geschichten zu erzählen für dich oder zu unterrichten und ich habe eigentlich nur meine Coaching-Arbeit gemacht, meine Klienten gehabt und war nicht auf Facebook, war nicht auf YouTube, war weder auf Instagram, sonst noch, TikTok habe ich ja noch nicht, vielleicht kommt es noch. Und nun will ich wieder anfangen und mit einem neuen Konzept beginnen, rauszukommen. Und genau das ist das Problem, das Anfangen, nochmal neu anzufangen, weil ein Neuanfang bedeutet, Entscheidungen zu treffen und du musst bestimmte Wege eingehen, du musst bestimmte Entscheidungen treffen und in eine bestimmte Richtung gehen und wenn du das nicht, wenn du das tust, wenn du die Entscheidung getroffen hast, lässt du alle anderen Richtungen, die für dich offen sind, hinter dich. Und das ist einerseits schön, aber andererseits auch, vielleicht fragst du dich, wieso soll ich diesen Weg gehen? Wieso soll ich nicht den anderen Weg gehen? Ich sollte doch weder noch dieser Weg noch den anderen Weg, sondern ich sollte einen ganz anderen Weg gehen. All diese Fragen kommen dir in den Sinn. Und du willst einfach beginnen, aber du bist überfordert von all den Möglichkeiten, die vielleicht sich vor dir erstrecken und du bist verwirrt. Du bist verwirrt. Sollst du überhaupt anfangen? Warum sollst du das alles machen? Und so weiter und so fort. Alles Neue, was du beginnen willst, wird dich am Anfang verwirren. Und ich bin genau in so einem, in so einer Lage. Ich weiß nicht, warum man immer in diese Lage kommt, weil manchmal ist es so, du beendest einen Prozess. Ich habe gerade zum Beispiel mit einem Freund, dem ich eine Weile gearbeitet habe, haben wir einen Prozess beendet, haben wir gesagt, wir gehen getrennte Wege, wir wollten uns zusammentun, wir gehen getrennte Wege. Und ich glaube, das bringt auch Verwirrung. Du siehst, dass ich in diesem Video allein schon sehr verwirrt bin. Ich mache dieses Video einzig und allein für mich. Auch wenn ich das hochlade, auch wenn ich es dir zeige, mache ich dieses Video in erster Linie für mich. Weil ich bin so dermaßen mit Überlegungen und Arbeit mit mir selbst, so dermaßen überfordert, dass ich mir sage, irgendwo muss ich anfangen. Auch wenn ich nicht weiß, soll ich nur Geschichten erzählen auf YouTube für dich? Soll ich anfangen zu unterrichten, meinen Storytelling-Unterricht und vieles andere, was ich mag? Hypnose zum Beispiel. Wenn du in die Mitte dieses Bildes guckst, hinter mir, in die Mitte des Kreises, wirst du sehen, dass überhaupt dieser Kreis dich magisch anzieht. Das ist eines der Hypnosesymbole. Oder schau einfach auf meine Hypnose-Kette und du wirst sehen, dass du, wenn du in die Mitte dieser Kette guckst, dass ich dich nach einer Weile ganz schön in einen hypnotischen Zustand versetzen kann. Das ist eines der Arbeiten, die ich sehr mag. Ich habe hier und da Klienten, die ich in Hypnose versetze, mit denen ich arbeite und denen ich helfe. Es gelingt mir auch sehr gut. Soll ich in Richtung Hypnose gehen? Soll ich meine Geschichten mit meiner Hypnose verbinden, was ich kann? Soll ich nur noch Storytelling-Coaching machen? Soll ich einfach nur als Märchen- und Geschichtenerzähler arbeiten? Das ist alles da und ich habe noch viel mehr. Das ist einfach, wie man auf Englisch so schön sagt, overwhelming. Ich bin einfach von diesen schier an Richtungen, die ich gehen könnte, bin ich echt überfordert. Und es gibt da eine sehr schöne Geschichte. Ich glaube, dieses Video wird etwas länger werden. Also wenn du Zeit hast, kannst du es dir angucken. Wenn nicht, kannst du ja ausschalten. Es gibt da eine sehr schöne Geschichte, die ich erzähle. Und die handelt genau von diesem Prozess, wenn du an einer Gabelung stehst und zwei Wege sind vor dir und du weißt nicht, welchen du gehen sollst. Die Geschichte nenne ich, der Mann, der das Meer noch nie gesehen hat. Eines Tages, eines Tages gab es einen Mann, der hatte das Meer noch nie gesehen. Wie der Titel der Geschichte schon verrät. Und er macht sich auf, gehen Süden, um das Meer zu entdecken und um das Meer mit eigenen Augen endlich mal zu sehen. Denn er hat einen Bruder und dieser Bruder hat sich ein Haus gekauft, an einer bestimmten Anhöhe. Ein kleines, bescheidenes Haus. Aber dieses Haus zeigt auf das Meer. Und dieser Bruder ist ein Maler. Und er geht jeden Tag aus dem Haus raus. Und an regnerischen Tagen macht er das Fenster auf und sieht das Meer. Und das Einzige, was er macht, ist, dass er anfängt, das Meer und den Himmel zu malen. Jedes Bild, was er malt, hat das gleiche Motiv. Er malt das Meer und er malt den Himmel. Und sein Anliegen ist, er will ein einziges Mal, für ein einziges Mal, das Blau des Meeres und das Blau des Himmels einfangen können. Er liebt dieses Blau, er liebt dieses Azur-Blau, wie man es auf Italienisch sagt, Azur oder Azur-Blau. Er will dieses Blau einmal in echt so nah wie das Meer, so wunderschön wie das Meer ist. Und so wunderschön wie der Himmel ist, will er einmal in seinen Bildern das in Perfektion einfangen und einfahren können. Und der ältere Bruder, das ist der Mann, der das Meer noch nie gesehen hat und die leben voneinander entfernt. Und eines Tages kommt dieser Bruder und besucht ihn. Und es gibt eine Festivität, alle sind da, alle Familienmitglieder. Und der ältere Bruder fasst sich immer an den Kopf und sagt, wie kann man so etwas machen? Wie kann man jeden Tag das Blau des Meeres, das Blau des Himmels, blau einfangen wollen? Jeden Tag das gleiche, jeden Tag das gleiche Motiv malen. Das ist verrückt. Verschwendete Lebenszeit. Warum überhaupt? Und man stelle sich vor, er hatte das Meer in seinem Leben noch nie gesehen. Und eines Tages kommt eben dieser Bruder und besucht ihn und bringt ihm ein Bild vom Meer. Eines seiner besten Bilder. Bringt er und schenkt es seinem Bruder, der das Meer noch nie gesehen hatte. Und beim Anblick dieses Bildes, der Mann, der das Meer noch nie gesehen hatte, hatte immer vom Hörensagen gehört, wie schön das Meer ist. Wie die Sonnenstrahlen auf die Wellen treffen und das Meer diese Sonnenstrahlen reflektiert und es wie so ein glitzender Teppich ist, wenn die Sonne aufgeht. Und man hatte ihm beschrieben, wie ein Sonnenuntergang aussieht, wenn es hinter dem Meer, es ist, als ob die Sonne in das Meer da hinten verschwindet und es ist ein unbeschreibliches Bild. Und er hatte gehört, wie schön es ist, im Meer zu baden. Und er hatte gehört, wie die Wellen rauschen, auf ein Wirken, als wäre man in einer unendlichen Meditation. Er hatte vom Himmel gehört, von den Sternen über dem Meer und so weiter und so fort. Er hatte so vieles gehört, aber er hatte es noch nie mit eigenen Augen gesehen. Und bei uns Persern gibt es ein schönes Sprichwort und es heißt, Niemals ist das Gehörte wie das Gesehene. Du kannst es dir nicht vorstellen, wenn du es nicht mit eigenen Augen gesehen hast. Wenn du es gehört hast, schön und gut, aber wenn du das Bild noch nie gehabt hast, wie willst du dir das vorstellen? Und so war es auch mit diesem Mann. Wie willst du jemandem das Meer beschreiben, wenn er es noch nie mit seinen eigenen Augen gesehen hat? Und als er dann eines Tages dieses Bild sieht, was ihn sein Bruder bringt, da zieht ihn dieses Bild immer und immer und jeden Tag für Tag magisch an. Und er kann nicht anders, als eines Tages zu entscheiden. Er nimmt seinen Rucksack und läuft gen Süden, um das Meer zu entdecken. Er läuft und läuft und läuft und läuft und sein Proviant neigt sich dem Ende zu langsam. Ab und zu kauft er hier in dem einen Dorf oder anderen Dorf Proviant mit Kaffee und läuft weiter. Und eines dieser besagten Tage geht sein Proviant langsam zu Ende und er hat nur noch ein bisschen Kaffee. Und er kommt und kommt an einer Gabelung. Und die Gabelung führt nach rechts und links. Und er weiß nicht, welchen Weg er nehmen soll und welcher Weg wird ihn ans Meer führen. Und er kann nur da sitzen und warten, weil er sich nicht entscheiden kann. Und warten, vielleicht kommt jemand vorbei und sagt ihm, welchen Weg wird ihn ans Meer führen. Und während er wartet, trinkt er ein bisschen von seinem Kaffee. Und auf einmal kommt jemand vorbei. Und dieser jemand sieht, er sitzt hier und hat Kaffee und kann sich nicht entscheiden. Und der Mann, der das Meer noch nie gesehen hat, fragt, sagen Sie mal, wissen Sie, welcher Weg, welcher von diesen beiden Wegen führt ans Meer? Und der andere hat keine Ahnung, aber er fragt, sagen Sie mal, Sie haben in dieser Wallachai, hier ist nichts, hier ist niemand, es ist fast wie am Ende der Welt und Sie haben hier Kaffee? Kann ich mal einen Schluck Kaffee haben? Ja, bitte. Und der andere trinkt ein paar Schlucke Kaffee, bedankt sich, nimmt einer der Wege und geht. Und der Mann, der das Meer noch nie gesehen hat, wartet immer noch. Auf einen, der kommt und ihm sagt, welchen Weg könnte er nehmen und dieser Weg führt, das führt ans Meer. Am nächsten Morgen, er macht sein Zelt da auf und schläft da an dieser Gabelung. Am nächsten Morgen kommt jemand vorbei. Und auch dieser jemand weiß nicht, wohin dieser Weg führt, wohin diese Gabelung führt. Und soll er den rechten Weg nehmen, soll er den linken Weg nehmen, aber er sieht, es gibt ein kleines Feuerchen und es gibt frisch gekochten Kaffee. Also fragt er, ob er Kaffee haben kann. Er bekommt Kaffee und nimmt entweder den rechten oder linken Weg und ist weg. Und der Mann, der das Meer noch nie gesehen hat, kann sich immer noch nicht entscheiden. Welcher Weg wird mich ans Meer führen? Ich weiß es nicht. Er wartet, am frühen Nachmittag kommt eine Frau vorbei und auch die sieht, oh, es gibt Kaffee und alle wollen Kaffee. Aber niemand, niemand weiß, wohin dieser Gabelung führt. Der Mann wartet ein Tag, zwei Tage, drei Tage, eine ganze Woche. Seine Proviant geht schon zu Ende. Er hat Hunger. Er geht wieder zurück zum letzten Dorf, wo er war, kauft Sachen, kauft Kaffee, kommt und mittlerweile hat er sein Zelt optimiert. Er hat ein größeres Zelt aufgebaut. Er hat sich da bequem gemacht und die Leute kommen vorbei und sie bekommen Kaffee, sie bekommen Proviant, wissen alle nicht, wohin dieser Gabelung führt und gehen weiter. Und der Mann, der geht immer im letzten Dorf zurück, holt sich Proviant und baut sich dort mittlerweile eine kleine Hütte. Und versorgt immer mehr die Leute, die vorbeikommen und irgendeinen Weg dieser Gabelung nehmen. Und nach zwei Jahren, zwei ganze Jahre hat er sich nicht entschieden, nach zwei Jahren hat er dort fast schon ein kleines Hotel, ein Bistro, alles aufgebaut, weil die Leute kommen und sehen, dass an dieser Gabelung am Ende der Welt, wo nichts ist, wo nur ein Weg rechts und links führt, ein kleines Hotel ist, wo sie versorgt werden. So etwas, wie wir im Orient sagen, eine Karawanzerei. Ja, du kannst da kurz bleiben, was essen, was trinken mit einem Kaffee, die stärken und den Weg nehmen und weitergehen. Fünf ganze Jahre vergeht. Fünf ganze Jahre. Und der Mann hat ein da ein tolles Haus gebaut. Und alle kommen und bewundern sein Werk und alle gehen weiter, aber er bleibt. Er kann sich nicht entscheiden. Fünf ganze Jahre. Mittlerweile hat er am Fuße eines Bergs sogar schon Wein angebaut und macht seinen eigenen Wein. Und eines Tages kommt eine Frau vorbei und sieht, er hat nicht nur Kaffee, er hat sogar Wein. Also bleibt sie etwas länger und sie trinken zusammen Wein. Und er erzählt ihr seine Geschichte, wie es kam, dass er hier ein Haus gebaut hat. Und sie sagt, du wolltest das Meer sehen. Also hast du das Meer noch nie gesehen. Du bist hier stehen geblieben, du bist nicht weitergegangen, weil du nicht wusstest, welcher Weg führt dich ans Meer oder nicht. Nein, ich bin nicht weitergegangen. Also hast du dein Vorhaben, dein Traum, das Meer zu sehen, aufgegeben? Und die Frau trinkt den letzten Schluck Wein, setzt ihn ab und sagt, Arrivederci, ich muss jetzt gehen. Auch ich weiß nicht, welche dieser Wege wohin führen, aber ich weiß, ich muss einen davon nehmen. Sie nimmt schnell den rechten Weg und ist weg. Und der Mann bleibt allein mit seinem Wein und weiß nicht, was er tun soll und schaut sich den rechten und den linken Weg einmal genau an und steht auf einmal auf, als hätte er eine Entscheidung getroffen, geht nach Haus hinein und sieht seinen Rucksack, den er vor fünf Jahren mitgenommen hatte, umzugehen, um das Meer zu sehen. Packt sich den Rucksack, packt ihn voll mit Proviant, nimmt genug Kaffee und stellt sich an dieser Gabelung und er weiß sofort, zu entscheiden, welchen Weg er nimmt. Er nimmt einfach den linken Weg und geht und geht und geht. Der Weg führt ihn immer weiter hoch und hoch und höher und höher und höher, den Berg hinauf. Und wenn du den Berg hinauf gehst, dann entfernt dich dieser Weg sehr wahrscheinlich vom Meer, richtig? Aber der Mann ist unermüdlich. Er läuft und läuft und läuft und läuft weiter. Die Anhöhe, immer höher, immer höher, immer höher, immer höher. Bis er den Gipfel des Berges erreicht. Da oben angekommen, müde, wischt er den Schweiß von seiner Stirn weg, setzt seinen Rucksack ab und schaut auf ein wunderschönes Land, das sich vor seinen Augen erstreckt. Er hat dieses wunderschöne Land noch nie gesehen, weil er da ganz unten an der Gabelung am Fuße des Werks, im Tal, sein Haus aufgebaut hatte. Und als er sich dann umdreht, um zu gucken, was ist auf der anderen Seite des Berges, zu bestaunen, erstreckt sich vor ihm ein wunderschönes Bild. Ein unglaubliches Bild. So eine Schönheit hat er in seinem Leben noch nie gesehen. Denn als er sich umdreht, erstreckt sich vor ihm das wunderschöne Meer, was er vom Gipfel des Berges sehen kann. Und er kann seinen Augen nicht trauen. Die ganze Zeit war er da unten. Und das wunderschöne Meer wartet auf ihn, als er am Gipfel des Berges ist. Und er steht da und bestaunt dieses unendlich schöne Bild. Aber noch ein anderes Bild, was er entdeckt, sollte ihn für immer erstaunen und für immer unvergesslich bleiben. Denn er schaut nicht nur auf das Meer, sondern von da oben kann er endlich sein eigenes Haus sehen. Er kann von da oben nicht nur sein eigenes Haus sehen, was er fünf Jahre lang gebaut hat, sondern er kann die Gabelung sehen. Und er kann alle Wege von da oben, hat er die Aussicht zu verfolgen, welche Wege hätte er nehmen können. Denn von da oben kann er sehen, welche Wege führen von dieser Gabelung alle weg. Und er kommt aus dem Staunen nicht raus, denn er sieht, egal welchen Weg hätte er genommen, ob er nach rechts gegangen wäre oder nach links, alle Wege hatten ihn ans Meer geführt. Alle Wege hätten ihn ans Meer geführt. Der Gipfel hat ihn ans Meer geführt. Hätte er den rechten Weg genommen, wäre er viel früher an das Meer gekommen. Aber er hätte diese Aussicht nicht gehabt. Er hätte nicht entdeckt, dass egal welchen Weg er hätte genommen, alle Wege hätten ihn ans Meer geführt. Nun, meine liebe Freundin, mein lieber Freund, hoffe ich, dass diese Geschichte dir gefallen hat. Und auch wenn du genauso wie ich an dieser Gabelung stehst, ich zeichne sie dir gleich, so muss ich wissen, genauso wie du, dass ich und du irgendwo anfangen müssen. Und genau deshalb habe ich auch dieses Video gemacht, um mir zu sagen, du musst erst mal einfach anfangen. Ich wollte dir und mir diese Geschichte noch mal erzählen. Denn egal, welchen Weg ich nehme, alle Wege werden mich zu meinem Glück führen. Ob ich nun gerne unterrichte, ob ich Geschichten erzähle, nur, oder ob ich nur Hypnosen mache, ob ich alles zusammen mache, alles mische, so wie mein mein Gemüt ist. Alle Wege werden mich irgendwo hinführen. Alle Wege werden mich ans Meer führen. Ich habe hier noch, bevor ich angefangen habe, dieses Video zu machen, mir noch einige weitere Geschichten überlegt. Ich habe mir die Gabelung gezeichnet, wie du siehst. Ich habe mir eine Kreuzung gezeichnet. Ich habe mir sogar einen Platz gezeichnet, von diesem Platz viele Straßen wegführen. Und ich habe noch viele Geschichten. Und ich werde sie dir nach und nach in meinen nächsten Videos erzählen. Denn ich habe ja gesagt, ich will wieder anfangen, meinen YouTube-Kanal aufzunehmen, meine anderen Kanäle aufzunehmen. Ich will wieder unterrichten, ich will wieder Hypnosen machen. Du siehst, ich glaube, dieses Video hat für mich und auf mich eine befreiende Wirkung. Ich muss mich nicht entscheiden. Ich kann den einen Weg nehmen, wieder zum Platz zurück und wieder den anderen. Aktuell ist das mein Gemüt. Alle Bücher, die ich lese, wollen mich zu einer Entscheidung zwingen. zum Erfolg zwingen. Vielleicht ist das nicht mein Typ. Vielleicht bin ich ein anderer. Vielleicht bin ich der Mann, der an dieser Gabelung ein Zelt aufbaut und die Leute kommen und ich erzähle ihnen Geschichten und gebe denen Kaffee und Wein. Wer weiß. In meinem nächsten Video erzähle ich dir bestimmt wieder eine schöne Geschichte und sei gespannt auf die Moral der Geschichte und denk daran, egal welchen Weg du nimmst, der wird dich immer an das wunderschöne Meer führen. Bis bald. Bis zu meiner nächsten Geschichte. Hier war Ali Reza, der Geschichtenerzähler und Storytelling Coach, Autor des Buches, Autor des Buches, die Hollywood-Strategie mit Geschichten zum Erfolg, wo du Storytelling für dich und für deine Arbeit lernst. Du siehst, ich kann meine Sachen nicht aufgeben. Die Links zu meinen Aktivitäten findest du immer unter diesem Video. Also, bis zum nächsten Mal, wo ich dir eine andere Geschichte erzähle. Morgen sehen wir uns weiter. mit hanging von qui us